herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal in diesem video zeige ich dir eine zweite methode wie du fortnite auf deinem ipad oder auf deinem iphone installieren kannst und los geht's zuallererst gehen wir erstmal in die einstellungen und schauen dass wir ipad os 18 beta drauf haben oder ja ios 18 beta installiert ist weil damit wenn wir das drauf haben haben wir die wenigsten probleme damit das ganze nicht funktionieren kann was wir noch überprüfen sollten in den einstellungen ist hier auf bildschirmzeit dann unter beschränkungen dass wir hier installation und käufe hier alles auf erlauben stehen haben zumindest die apps installieren und marktplätze sollte auf jeden fall dastehen weil wenn sie das hier nicht hast dann kannst du auch schon mal ja sag ich mal keine drittanbieter app stores installieren und das sollte auf jeden fall hier alles auf erlauben stehen und damit haben wir dann auch schon mal sage ich mal ein problem weniger danach können wir jetzt auch schon den safari browser aufrufen wir müssen auch diesen hier verwenden weil ein anderer ja da geht das ganze leider nicht und wir sollten hier auf der alt store seite hier sein das ist ein drittanbieter app store den was man sich hier herunterladen kann da gehen wir etwas ganz runter und hier steht auch schon dort ein download da gehen wir auf download und hier auch noch mal auf download und dann kommt ein fenster eigentlich genau ob du das installieren möchtest das ganze musst du mit ok hier bestätigen so wenn wir das gemacht haben gehen wir hier raus aus dem ganzen gehen hier in die einstellungen gehen hier etwas weiter rauf und hier steht auch schon dort apps von alt store zulassen das müssen wir auswählen da kommt hier auch schon der nächste screen und dann haben wir hier wegen was zum durchlesen und können hier unten auf zulassen oder ignorieren gehen hier gehen wir in dem fall auf zulassen weil wir wollen ja das ganze haben so dann habe ich das ganze mit facer die hier bestätigt dann gehen wir zurück auf safari und gehen jetzt noch mal auf download und dann sollte uns genau dieses fenster hier angezeigt werden da sich jetzt auch noch mal ob du oder da fragt er dich ob du jetzt das installieren möchtest oder nicht dagegen wir gehen auf marktplatz installieren tun das ganze auch wieder mit facer die bestätigen und somit haben wir dann auch schon hier unseren 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 alt store der wo jetzt hier fertig heruntergeladen wird dauert ein wenig genau da haben wir jetzt auch schon so den können wir jetzt einfach auswählen und das ganze können wir entweder auf erlauben oder nicht erlauben machen ob er uns mitteilungen schickt oder nicht so hier haben wir jetzt die möglichkeit dann auf quellen zu gehen also hier unten und können hier jetzt auf das plus gehen und hier wird auch schon angezeigt epic games da können wir uns jetzt auch mehrere sachen hier herunterladen also hier das quellen die wo man sich hinzufügen kann das ist wie bei einem jailbreak sei mal bei südia da kannst du nämlich auch quellen hinzufügen aber hier brauchst du keine angst haben hier gehst du einfach rein in den epic games oder in die epic games quelle und hier haben auch schon die möglichkeit hier fortnite herunterzuladen da gehen wir jetzt einfach auf free und somit wird das ganze hier dann auch schon hinterher heruntergeladen da steht install fortnite aber da ich das ganze ja schon bereits installiert habe geht es jetzt nicht mehr aber das ist auf jeden fall noch eine zweite methode falls das mit dem also mit dem epic games store nicht funktionieren sollte bei euch ja das war es jetzt auch schon mit diesem video wenn dir dieses video gefallen hat lass gerne ein like da und einen kommentar das würde mich sehr freuen und unterstützen wenn du keine weiteren videos mehr verpassen möchtest auf diesen kanal kannst du diesen auch gerne abonnieren und dann bis zum nächsten mal